Jo Leute! Willkommen zu ner weiteren geschmeidigen Runde Master... Ah, scheiße, verkackt! Survival Games für den Meistlieben, der liebe Michel und der liebe Manu. Willkommen! Hallo Leute! So! Und auch für meine Leute herzlich willkommen zu der weiteren Folge Survival Games mit Manu. Und jetzt ruckelt natürlich alles Sega dem hier. Es ruckelt nicht. Es ruckelt nicht. Nein, Michel, es hat nicht geruckelt, man! Hörst du zu? Ja, okay, ich hab's verstanden. Hock dich in und halt, du Fretze, Alter! Du brauchst mich ja gar nicht anschreien. Wo ist er denn? Da ist er. Mich ist in meinem Team. Wir sind jetzt im... Wir sind im Team. Alles klar, was geht's? Im Hard-Team. So, wir laufen einfach... Wohin laufen wir denn? Wir laufen... rechts raus. Von mir aus rechts. Hier aus rechts. Und ich lauf einfach weg. Und du sagst es wieder. Nein! Okay, okay. Äh, Michi? Ja? Wo bist du jetzt lang? Der muss wieder verloren, oder? Oh, fuck, die kommen alle zu mir! Ja, ich seh's! Oh, ich helf dir! Ich helf dir! Ich helf dir! Oh, schon wieder! Fuck! Nicht sterben, Michi! Ich helf dir! Nee, ich lauf... Ich bin... Ich lauf hier gerade im Zickzack irgendwie. Ja, ist gut so. Wie bist denn du? Lauf zurück, lauf zurück! Ja, ich lauf zum Start. Oh, fuck! Michi! Ja, ja, ich bin doch schon wieder am Start. Hä, das bist... Das bist nicht du, indem ich gerade hinterher laufe? Nee, anscheinend nicht. Hast du... Hast du... Hast du... Fuck, da ist der Anderes! Machen wir eine andere Mucke ein. No, 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 no. Besser. Fuck, 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 fuck! Michi nicht der... Nein! Das gibt's sogar nicht, Michi. Du bist... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, du Bastard, verreck! Ich bin echt dran, schade. Hab ihn gekillt. Na ja, dann guck mir halt zu. Keine Ahnung, du bist tot. Ja, dann suchen wir jetzt mal Manu. Einen hab ich gerade nice gekillt. Weil er mich natürlich wieder verpasst, weil er zu langsam ist. Ich hab ein Ei! Und Weed. Also, ihr seht hier den Toxic Gameplay, wie er mit seinen goldenen Stiefeln durch die Gegend stapft. Haha, die geilsten goldenen Stiefel der Welt. Ich hab auch ne Eisenhose an, vergiss das nicht. Ja, die komische Hose von dem. Normalerweise... Der könnte auch ohne Hose rumlaufen. Das passt überhaupt. Oh, ich hab Sachen für Dings für den Pfeil. Übrigens eine Kettenhose, keine Eisenhose. Mir ist doch scheißegal. Ja, aber ich wollte es nur sagen, für meine Zuschauer... Deine Zuschauer. Sonst denken die sich so... Sonst denken die sich so... Mh, Manu, du kannst hier gar keine Ecke... Beziehungsweise, was bin ich behindert? Was wollte ich grad sagen? Ich wollte grad sagen, ich kann keine Ecke. Ne, äh... Manu, du checkst da gar nichts. Das sind keine Eisenhosen. Das ist ne... Kettenhose... Okay, reicht. Warte mal. Äh, du bist hier? Ne, bin ich gar nicht. Ich bin weg. Ne, weil dann mach ich hier so einen auf... Die Teamen. Die Teamen. Da sind... Da sind die zwei, da sind die zwei. Aber pass auf, die haben fette Sachen an. Ist mir egal. Der verreicht jetzt erstmal hier. Oh Gott! Nein! Hier verschwindet der oder was? Ne, die sind... Alle zwei sind hinter dir. Einer ist hinter dir. Ab ihn! Geil! Der andere kommt zu dir, hinter dir. Pass auf! Ja, der soll abhauen. Ich möchte ihn jetzt nicht. Gibt's hier irgendwo Wasser? Ich runterspringen? Äh, warte. Ja, ich würde da nicht runterspringen. Ich würde da nicht runterspringen! Ich würde da nicht runterspringen! Ich springe nicht! Ich springe nicht! Ich laufe! Ich renne! Okay. Ne, egal. Ich hab noch einen gefickt. Ab ihn, die nächste Runde. Slash Hub. Richtig wurde mitgeportet, richtig? Genau. Richtig. Lobby 1. Ja. Boah, die Mucki, ich weiß nicht, ob die grad passt oder nicht. Es ist mir egal. Musik läuft, wenn ihr die Musik nicht hören wollt, dann schaltet mich stumm. Ganz ehrlich. Ja, schaltet den Morgen ruhig stumm, der hat's für Dienst. Nein, hab ich nicht! Doch, doch, doch. Nein, nächste Musik. Richtig, gar keine mehr. Ja, so mach ich das. Die ist toll. So, ich dreh mir jetzt mal eine Zigarettee. Habt ihr gehört, er dreht sich nen Joint? Nein. Doch, er dreht sich nen Joint! Kiffer! Ne. Doch! Er lügt! Jawohl! Er lügt! Der ist eine dreiste Lüge, was du da... Der ist eine dreiste Lüge, richtig. Ich bin eine dreiste Lüge. Meine Mutter hat mich falsch auf die Welt gebracht. Dein Kopf ist am Arsch und dein Arsch ist am Kopf. Das muss ich kurz nachfragen. Mama! Ist mein Arsch am Kopf und mein Kopf am Arsch? Okay. Bin nicht geantwortet, weil es nicht da ist. Ich wohne alleine. Aha. Ja. Die kommen ab und zu vorbei, um nachzukontrollieren, ob ich keine Scheiße brauche. Mischl. Ach, wo bist du denn. Mischl, da wo bist du denn. Ich höre genau, teiche. Fuck, äh du ähm. Du bist in ein anderes Team, fick dich Mischl. Wo willst du denn? Hier, wir gehen da links raus. Ja ok. Ich laufe da sofort raus, so. Und los gehts. Dun 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 dun. Box Michael, du Arschloch. Ich darf einfach mal die Holz- um Erdtreppen runter. Lauf dahin wo ich dir gesagt habe, wo du denn laufen sollst. Ja, ja, klar. Ich bin ja da hingelaufen. Dann fuck ich. Null, hä? Tod? Anu? Dann ist er weg. Ich hab ihn gefickt. Ich bin noch da. Gut. So, jetzt ist die Frage, wo du bist, Michel? Was hast du noch an? Ich hab, äh, einen Eisenpanzer an. Na cool, dann hab ich dich gerade gesehen. Dann seh ich dich da glaube ich hüpfen. Jetzt, ich hüpfe gerade jetzt. Ich hüpfe auf einer Stelle. Ja genau, ja genau, da bist du. Warte, ich komm zu dir. Ah, da hinten. Du bist doch da hingegangen, wo ich sagte. Ja, ich hab dich doch angeguckt und hab doch gesehen, wo du hinst. Ja, aber ich bin mal ein bisschen verpeilt. Ja okay, komm. Ja, maschumst du. Wenn du willst, kann ich dir ein Holzschwert geben. Ja okay, ein bisschen. Gerade nicht. Hier. Hab den gerade. So, perfekt. Hab den Bastard. So. Da ist ne Christus, übersehen. Die unter 18 du bist. Stimmt, ja. Fuck. Ja, richtig. Und da auch. Mann, 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 Michel. Das war ich doch gar nicht. Jetzt hab ich hier ein Steinschwert. Na, 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 natürlich machst du das. Hier ein Steinschwert für dich. Ah cool, geil. Dankeschön, dankeschön. Ja, nee. Gib mal einen Blaustrop dafür. Los. Mach. Oh ja. Ach. 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 Was ist damit los, ey. Ohne Witz. Was ist damit los, ey. Voller Kacke, ey. Ohne Witz. Ey. So. Wir brauchen Futter, Michel. Wir brauchen unbedingt Futter. Äh, ja. 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 Such doch. Geh mal in das Haus. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Hier ist nix. Hier ist nix. Schleichwerbung bei, ey. Ohne Witz. Hallo. Ich bekomm Geld dafür. Was wartest du? Deine Lüge. Wo bist du denn jetzt hingelaufen? Ich komm wieder runter. Ich bin nur im Haus drin. Du bist immer noch im Haus drin. Ich war da auch gerade. Jetzt ist die Frage, wo du hin bist. Ich dachte, du laufst mir hinterher. Ah, hier bist du. Boah. Boah. Schreckt mich nicht so. Alter, hier sind voll die Kackkisten. Ich brauch Futter. Vor allem, ich weiß nicht. Die Map ist ein bisschen komisch. Mir gefällt die nicht so. Mir auch nicht. Die ist so mäppig. Weißt du? Ja. Die ist mäppig. 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 Mäppelchen. Mäppchen. Kiste. Boah. Ich hab was für dich. Ich hab was für dich. Ah, dankeschön. Bitteschön. Achtung, warte, Michi. Hier. Mein Sperma. Bleib stehen. Bleib stehen. Sperma. Okay. 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 Das werden wir in Vergessenheit geraten lassen. Auf jeden Fall. Ja. Hier sind Kisten. Essen. Okay, halbes Essen. Grottenfleisch ist kein Essen. Ah, Steak. Ach, fuck. Ich geb dir einen Tipp, wie du die Sachen ganz schnell rausholst, wenn du drauf zugreist. Links, Shift und rechts der Maustaste gleichzeitig drücken. Ah. Ja, bei der Xbox ist das ein bisschen. Ja, ich hab's auf der Xbox auch schon gesagt früher. Mach nicht so, als wärst du ein Einzelfall. Ich hab jetzt Weizen. Hehehehe. Weed. Vergiss es. Du kannst auch schneller laufen, mit dem du hüpfst. Nein! Naaah. Du bist voll langsam. Ja, ich weiß nicht. Ich muss da... Ich muss mich da noch ein bisschen einspielen. Ja. Hinter dir! Du Monstrum! Töt ihn! Fuck! Sorry! Ich schütte ihn! Ich glaub das ist einer von meinem Team, ist nur egal. Nee, das ist keiner von deinem Team. Was bin ich? Äh, blau. Der ist auch blau. Mann, die Mushi läuft weg. Nein, Mushi! Wir brauchen den. Der hat's Daff. Nein! Der ist nur klar, dass der Daff hat. Der ist nur fast dauernd. Wieso hab ich jetzt keinen Bogen? Oh, der hat einen Apfel geschluckt. Scheiße. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf. Ich sag mir das Zeug auf. Oh, geil. Ich will den nicht weglaufen lassen. Komm mit Michi. Wir holen uns den jetzt. Ja, ich fühle das schon mal hinter dir. Äh, mein Gott, ey. Du spresst ja richtig um wie ne Mama. Nein, dieser Hurensohn. Komm her, Alter. Ich pumse dir dein Leben aus dem Arsch. Pupszöner Boy. Ey, der geht mir gar nicht an. Wir sind auf den Sack. Der mit seiner Scheiß-Spezialfähigkeit. Dann lassen halt einfach laufen. Nein! Dann muss er sowieso dann in die Mitte kommen, weil die Maps sowieso kaputt gehen. Ich hab ihn schon wieder zusammen agitated. Er dürfte nicht mehr viel Leben haben. Ja, warte. Ich bin mal... Fuck. Scheiße. Ja, komm. Nein, okay. Da ist er ja. Er ist der Letzte übrigens. Töt mich. Ja, das ist mir schon klar, dass es der Letzte ist. Darum... Wir sind am Rand von der Map jetzt. Ich geh mal in die Mitte. Weil... Oh. Es ist mir ungemütlich, hab ich so's Gefühl. Komm schon. Gib mir das, was ich brauche, Kollege. Ah, das gibt's nicht. Wir müssen gewinnen, Michi. Ja, das ist mir doch schon klar, dass wir gewinnen müssen. Mahn, mahn, mahn. Ja, aber er will nicht. Ja, er muss doch sowieso in die Mitte. Warum strengst du dich da jetzt gerade so an? Weil... ... es sich sonst noch bessere Sachen leisten. Der hat schon... ... einen Diamond Helm. Alter. Der ist in der Scheiß-Spezialfähigkeit. So... Ich hab schon mal einen Zeig. Oh, es war ein Wichser. Er holt mich, ich komm, wir lassen uns sammeln. Ahem. Du bist in der Mitte richtig? Ja. Okay. So, ich bin zu spannter, ne? Dam, 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 dam. Scheiße! Das ist nicht wahr jetzt! Wo sind der? Ich hab' immer wieder fast daumen gemacht. Dieser dreckige Bastard, der läuft gerade Richtung Tunnel. Ich weiß nicht, ob du den Tunnel kennst, ist mir egal. Wahrscheinlich auf der A12. Ah, okay. Auf der A12. Nicht auf der anderen. Ne. A69. Mann, ist das ein Bastard so. Jetzt mal ohne Witz. Der hält so viel aus. Wenn ich mal fünfmal geschlossen hab, schlagt der mich wieder weg, dann hat er wieder ein bisschen Freiraum. Der müsste echt zu zweit nutzen. Das ist, das geht nicht anders. Ja, treiben halt in die Mitte. Ne, ich wüsste grad, wo die Mitte ist. Ich seh nur, wo der Bastard ist. Ich glaub, der führt die Spitze noch. Ja, der kommt in meine Richtung wieder. Okay. Lauf wieder zurück, Kollege. Lauf wieder zurück. Lauf wieder zurück. Jetzt herreck, elendig. Ich geh in die Mitte, Michi. Das muss ich zumindest. Kannst du mir sagen, was du grad siehst? Äh. Haus. Noch ein Haus. Noch ein Haus. Äh. Häuser seh ich auch. Äh, Turm. Dann Hotel. Hat sie erledigt, Michi. Ich bin gleich down. Kacke. Heiße. Der hat mich so lange gelockt, bis ich jetzt fast down bin. Da, da. Michi, los, hau auf ihn drauf. Boah, Alter, was ist denn los? Hau weiter drauf. Ja, du lauf sicherlich nicht hinterher. Okay, dann lass mich warten, bis ich regeneriere, okay? Ja, ich brauch was zu fressen, verdammte Kacke. Hab ich noch was für dich? Du hast alles voll, okay. Hast du noch was für die Schuhe? Äh, ich hab alles voll. Schuhe hab ich. Hast du für mich Schuhe? Ja. Äh. Fuck. Er kommt, Michi, Scheiß drauf. Er kommt, trau drauf. Hau auf ihn drauf, los. Alter, Mann, hinter den Spacktab. Warte, 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 warte. Okay, fuck, ich muss dir helfen. Ich will nicht, dass du stirbst. Komm. Wir wollen wir jetzt erstmal ausrüsten in der Mitte. Da gibt's genügend Sachen wieder. Ah, cool. Warte, ich schaue. Das ist scheißegal. Warte, oh, oh, oh. Mach bum 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 bum. Das ist ein Schuhe für mich. Passt. Das ist ein Ofen-Kartoffeln für mich. So, wo ist er jetzt? Da oben. Ja, ist da oben. Okay, wir müssen eigentlich die Rutsch wirklich nur warten. Ja, das wollte ich, das habe ich doch die ganze Zeit. Ich weiß, aber ich hab halt gedacht, ich bekomme ihn wirklich noch. Ja, aber ich würde da nicht so drauf, äh, drauf gehen, weil das eigentlich eine recht gute Runde ist gerade. Nicht so wie die letzte. Ja, das ist, glaube ich, ich glaube, der Typ ist, ich glaube der Typ ist ein Sift-Lords, das kann ja gar nicht so stark sein. Ja, hab ich auch so das Gefühl. Wollen wir ihm langsam entgegenkommen? Ganz langsam. Also, sneaken, sneaken. Warte. Bada. Duh-du-du-du-du-du-du-du-du. Duh-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. So, auf 3 rennen wir drauf. Eins. Zwei. Drei! Deathmatch startet bald Alter Michi Verreckt Verreckt du Bastard Michi Was machen wir denn jetzt Alter dieser Dieser Knampf Hau ab Michi Ich helfe dir Ich helfe dir Renn weiter Ich helfe dir Okay okay Deathmatch Deathmatch Hinter dir Michi Hinter dir Pass auf Wir gehen das Bein auf ihn drauf Eins Zwei Drei Jetzt Sonder Gib ihm Ich hab ihn gegeben Ich hab ihn gegeben Ich hau den weg Ich hau den weg Jawohl Ah ne scheiße Ich hab dich gar nicht geschlagen Er hat sich getötet Hast du Du hast gar nicht dein Leben regenerieren lassen Doch ich hab Kartoffeln gegessen Das soll jetzt nur sterben und dann ist alles gut Ich hab ihn Ich hab das Spiel Er hat gewonnen Oh kacke Oh mann Aber zweiter geworden Das ist immer genau was oder Und du bist bitter Ja mann Wir haben uns gut gehalten Leute Man kann das nicht anzweifeln Ich würde sagen Wenn er das nächste Mal wieder einschaltet Bin ich richtig glücklich Denn mich wahrscheinlich auch Obwohl er keine Freunde hat Auf jeden Fall Ja So schaut's sicher aus Ich hab Freunde Ja Denkst du, dass ich dein Freund wäre Und nur dein einziger Ja ja Machen wir mal los Ja gut Leute Dann macht's mal gut Schaut euch noch einen geilen Porno an Heute Abend Wird euch bestimmt gefallen Mh Wollt ihr auch was sagen? Ich find kein Ende Ja Ich würd sagen Es war ein gutes Spiel Ich würd sagen Schönen Abend euch noch Kenners Und dann Siegt man sich Bei der nächsten Folge Minecraft Die jetzt gleich wieder aufgenommen wird Haut rein Tschau Tschau